Roland Dicke ist der sportliche Leiter von Astoria Waldorf, schön, dass Sie da sind. Also drei Siege, ein Unentschieden, das fühlt sich doch richtig gut an, kann ich mir vorstellen momentan. Ja, uns geht es gut von der Bunte her. Ich glaube, wir spielen auch richtig guter Fußball. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir viel nach vorne spielen, schnelle Spiele haben. Und im Endeffekt, sag ich mal, das Selbstvertrauen jetzt von Spiel zu Spiel angewachsen ist. Und mit zehn Punkten aus vier Spielen, das lässt sich dann meckern. Also wenn das Selbstvertrauen steigt, steigt dann auch das Selbstverständnis, dass Sie sagen, wir könnten jetzt unsere Saisonziele auch ein bisschen nach oben schrauben? Nein, das eine hat mir am anderen nichts zu tun. Im Endeffekt ist es so, dass wir wissen, dass es jetzt eine Momentaufnahme ist. Wir werden sicher am Samstag wieder alle in die Waagschale werfen, um Bayern zu gewinnen. Wir werden am Ende der Saison wahrscheinlich irgendwo hoffentlich ein einstelliger Tabellenplatz haben. Das ist unser Ziel. Jetzt haben wir schon zehn Punkte. Also ist es ein bisschen leichter, unser Ziel zu erreichen. Und wenn mehr kommen sollte, dann sind wir nicht abgeneigt davon. Also nach oben kann man sich immer noch orientieren. Das ist natürlich blöd gesagt, wenn man Tabellenerster ist. Aber was fehlt denn vielleicht noch inhaltlich? Oder wo können Sie sagen, da können wir noch ein paar an ein paar Stellschrauben drehen? Gut, ich glaube, jeder weiß, dass unser Team abends im Training sind. Also wir trainieren 17 oder 30. Es wäre natürlich sehr hilfreich. Hätten wir mal die Möglichkeit, auch einmal vormittags zu trainieren, vielleicht ein, zwei Einheiten mehr, dann könnte das, was ich eben anspreche, vielleicht da oben sich festzusetzen, glaube ich, dann möglich sein. Das würde ich mich freuen. Ganz wichtiger Baustein ist die Jugend. Das hatten wir in der vergangenen Saison schon angesprochen. Das sieht man jetzt umso mehr. Gibt Ihnen da auch die eigene Arbeit bzw. der Nachwuchs, also die U23, da auch recht? Ich glaube, das ist unser Ziel. Wir haben viele junge Talente aus dem Kreis immer hier in die U23 platziert und geben denen die Möglichkeit, regelmäßig in der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Das zahlt sich aus, da einfach mehr Trainingseinheiten dann für diese Jungs existieren. Wir haben jetzt wieder vier hochgezogen. Ich gehe davon aus, dass es wieder im nächsten Jahr wieder so sein wird, weil die Jungs in der U23 sehr willig, sehr lerngierig sind. Und wenn uns das wieder gelingt wie letztes Jahr, wo wir im Dezember, Januar beim Jahreswechsel schon drei oder vier Jungen von der U23 übernommen haben, dann kann es noch eine gute Saison geben. Das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen, haben wir auch in dieser Saison gesehen. Wie schwierig ist es aber auch wirklich, Topspieler dann zu halten? Gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben unseren Besten, sag ich mal, diese Saison wieder verloren mit Erik Wegesser. Der ging in die zweite Liga. Wir haben jetzt wieder große Talente. Da wird es wieder so sein, dass große Vereine kommen und werden natürlich versuchen, die Jungs hier wegzuholen. Aber wir sind, ich sage es einfach mal, vielleicht eher so ein Ausbildungsverein. Ja, es ist einfach so, dass wir die Talente formen. Wir beginnen in der U23 und setzen das in der ersten Mannschaft fort. Und wenn dann ein ganz großer rauskommt und es kommt ein ganz großer Klub und er möchte dorthin, dann ist es bei uns einfach, weil wir möchten den Jungs einfach die nötige Sicherheit geben und auch die Weiterentwicklung auf jeden Fall. und sowas wie, wie Sie eben Anspruch haben, beim Erik Wegesser. Ja, und dann hoffen wir, dass es auch so weitergeht und Sie dann auch entsprechend mit dem Erfolg belohnt werden, so wie das momentan ausschaut, Herr Dickieser. Danke, dass Sie bei uns waren. Gerne. Ja, dann wäre es natürlich auch sehr bien unterschiedlich. Perf vision dass Vers Conseil ist,